Nachdenkseiten. Die kritische Website. Russischer Marxist Boris Kagalitsky verhaftet. Ein Artikel von Ulrich Haydn. In Russland wurde am 26. Juli 2023 der Marxist und Soziologe Boris Kagalitsky verhaftet. Er ist international wegen zahlreicher Buchveröffentlichungen und Interviews bekannt. Die Verhaftung wurde in der Stadt Sigtivkar in der nordrussischen Republik Komi vollzogen. Die Untersuchungshaft wird bis zum 24. September verhängt. Nach Berichten im Internet wurde der Soziologe in die Republik Komi gebracht, weil offenbar dort jemand Anzeige gegen Kagalitsky erstattet hatte. Dem 1958 geborenen Soziologen wird öffentlicher Aufruf zum Terrorismus, Rechtfertigung von Terrorismus und Propaganda für Terrorismus über Medien und das Internet vorgeworfen. Ihm droht eine Haftstrafe von fünf Jahren. Der Anschlag auf die Krimbrücke im Jahr 2022 Es geht um einen Post, den Kagalitsky am 8. Oktober 2022, dem Tag des Bombenanschlages auf die Krimbrücke, auf Telegram veröffentlicht hatte. In diesem Post, der im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt ist, führt der Soziologe aus, dass der Anschlag ein zentrales Prestigeobjekt der putinschen Macht traf. Eine Verurteilung des Anschlages und ein Beileid für die vier Zivilisten, die bei dem Anschlag getötet wurden, sucht man in dem Post vergeblich. Das ist moralisch und politisch fragwürdig. Ob das aber eine Rechtfertigung von Terrorismus ist, halte ich juristisch für fragwürdig. Der russische Geheimdienst erklärte nach dem Bombenanschlag im Oktober letzten Jahres, der Terrorakt sei vom ukrainischen Militärgeheimdienst und dessen Leiter Kirill Budanov ausgeführt worden. Russische Zeitungen berichteten nicht über die Festnahme von Kagalitsky, wohl aber das liberale Businessportal RBK. Das Portal zitierte den Anwalt von Kagalitsky, der darauf hinwies, dass der Soziologe Terrorismus nie unterstützt, aber immer auf reale Probleme im Staat hingewiesen habe. Merkwürdige Einäugigkeit Was ich fragwürdig fand, war die Reaktion von Linken im Westen. Twitter war voll von Protesten gegen die Verhaftung von Kagalitsky. Beim Neues Deutschland schrieb der Redaktionsleiter Wolfgang Hübner persönlich einen ausführlichen Artikel. Derartige Reaktionen wünschte ich mir auch, als in der Ukraine Kommunisten wie die Brüder Alexander und Mikhail Kononovici verhaftet wurden. Ihnen droht eine lange Gefängnisstrafe. Doch zur Verfolgung von Linken und Andersdenkenden in der Ukraine schweigen die meisten deutschen Linken und zeigen damit, wie sehr sie im deutschen Mainstream mitschwimmen. Die Wandlung des Soziologen Kagalitsky saß schon zu Preschnev-Zeiten wegen der Bildung eines sozialistischen Studentenzirkels in Haft. Anfang der 1990er Jahre wurde er in den Moskauer Stadtrat gewählt. Dann versuchte er mit der Partei der Arbeit eine linkssozialistische Organisation zu bilden, was aber scheiterte. Bei einer erneuten Kandidatur für den Moskauer Stadtrat im Jahr 2019, als der Soziologe auf der Liste der Sozialdemokratischen Partei gerechtes Russland kandidierte, erreichte er nicht genug Stimmen. Seit dem Frühjahr 2022 wird der Soziologe in Russland als ausländischer Agent gelistet. Worauf sich diese Kennzeichnung der russischen Behörden exakt stützt, ist unklar. Kagalitsky war Hochschullehrer und ist Chefredakteur des linken Online-Magazins Rabgor. Außerdem ist er die führende Kraft im gleichnamigen YouTube-Kanal, der 110.000 Abonnenten hat. 2014 hatte Kagalitsky die prorussischen Aufständischen in den Volksrepubliken Lugansk und Donetsk unterstützt. Doch seit der russischen Invasion in die Ukraine 2022 ging Kagalitsky in Fundamentalopposition zur russischen Macht. Der Leiter der russischen Linken Front, Sergej Udalsov, kommentierte, Zitat, Boris Kalitsky war kein Organisator von Protesten. Er kandidierte nicht für das Amt des Präsidenten. Eine Partei gründete er nicht. Aber er hatte eine absolut negative Einstellung zur SWU, der Spezialoperation in der Ukraine, was aus Sicht der Macht schon fast ein Verbrechen ist, Zitat Ende. Annäherung an die Liberalen Ich habe Kagalitsky in den letzten drei Jahrzehnten oftmals interviewt. Er war für mich ein wichtiger linker Kritiker in Russland, der es verstand, wunde Punkte im Land für eine breite Leserschaft verständlich darzustellen. Doch seit dem Ukraine-Krieg ist der Soziologe in eine Frontalopposition zur russischen Macht gegangen, die der Position der russischen Liberalen, von denen ein Großteil ins westliche Ausland gegangen ist, ähnelt. Lesen Sie hierzu auch meine Anmerkungen zum Kagalitsky-Interview für das Portal Jakobin mit dem Titel »Putin am Ende«, das im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt ist. Die Ausdehnung der NATO in die Ukraine wird von dem Soziologen nur noch am Rande thematisiert und nicht mehr als zentrales Problem für Russland genannt. Trotzdem wünsche ich mir, dass man Kagalitsky freilässt. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.